Gerade im Moment immer jeder so, öh, wieso kam der Song nicht mit Samra raus, wieso ist der Song jetzt mit Loredana? Guck auf meinen Kanal, ich hab den Song ohne Loredana hochgeladen, klingt viel besser. Und die Leute fragen sich irgendwie alle, wieso ist auf dem neuen Song denn nicht Samra, sondern Loredana als Feature drauf? Und die Antwort möchte ich euch eigentlich heute in diesem Video relativ kurz und knapp erklären, denn die ist eigentlich wirklich relativ simpel. Auf jeden Fall solltet ihr es alle mitbekommen haben, gestern kam der neue Song von Capital mit Loredana raus. Und direkt nach dem Release, auch schon bei meiner Reaction, gab es in den Kommentaren so einen kleinen Shitstorm. Und zwar, warum der Song jetzt nicht wie scheinbar mal irgendwann ursprünglich geplant mit Samra. Raus kam, sondern mit Loredana raus kam. Und ich weiß nicht, irgendwie gibt's da gerade so mega den Hate dagegen, was ich persönlich halt null nachvollziehen kann. Aber die Leute verstehen irgendwie nicht genau diesen Move, sag ich mal, von Kappi dahinter. Der Move ist eigentlich wirklich mega leicht zu erklären, okay? Und ich möchte euch das jetzt einfach mal anhand meiner Sides, anhand von mir, erklären. Und dafür gehen wir mal so ein bisschen zurück, Freunde. Und zwar gehen wir jetzt mal sozusagen zwei oder eineinhalb Alben zurück, weil das Samra-Album war ja zwar viel mit Kappi, aber das war ja kein Kollabo-Album. Wir gehen zurück zu Berlin lebt zwei, Freunde. Damals, als das angekündigt war, saß ich wirklich in den Reactions. Und da könnt ihr jetzt nachschauen und da wette ich wirklich drum, dass ich das so genau so irgendwie gesagt hab, in der Art und Weise, ja, dass ich's mega nice finde, irgendwas von den beiden zusammenzuhören. Dass die beiden wahrscheinlich alles auseinandernehmen werden und dass das Album mega krass wird. So, jetzt gehen wir dann weiter. Dann kam jetzt das neue Album von Samra. Wieder im Prinzip ähnlicher Vibe. Also die Songs waren jetzt nicht irgendwie gleich oder so. Es war schon anders, aber es war halt wieder Kappi, Samra. Beide haben wieder alles rasiert, okay? Und jetzt stellt euch einfach mal folgende Situation vor, okay? Damals war das so von wegen, ey, es kommt ein neues Album von Kappi und Samra raus. Und so, oh geil, Mann, ey, mega nice, freu ich mich drauf und so. Und jetzt denkt einfach mal so weiter. Wenn jetzt jemand käme und würde so sagen, ey, hast du schon mitbekommen, Digga, neues Album von Kappi mit Samra. Real Talk, das würde einfach niemanden wirklich jucken oder das wäre einfach, das wäre zu viel des Guten. Also selbst mir als jemand, der die Musik wirklich komplett zu 100% fühlt und gefeiert hat, das wäre einfach viel zu viel. Also jetzt nochmal sich das gleiche alles so zum dritten Mal sozusagen in Folge anzuhören, das wäre schon ein bisschen zu viel. Auch wenn die Songs natürlich alle unterschiedlich sind und so. Ihr wisst, wie ich das meine. Also jetzt, ich hätte da ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Auch wenn es zwar keine schlechte Musik oder so wäre, aber es wäre einfach viel zu viel des Guten so. Ja, deswegen muss ich sagen, so wie die das jetzt machen, ist das eigentlich eine relativ gute Lösung, dass Kappi jetzt sein Solo-Album droppt, danach eventuell nochmal ein Solo-Album droppt und dann vielleicht wieder was mit Samra kommt und dann sehe ich mich jetzt schon in den Reactions wieder sitzen, wie ich sagen werde, ey, mega nice, ich freue mich schon drauf. Es kommt wieder ein Album von Kappi und Samra zusammen raus.